Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 19.01.2021 und unser DAX, unsere kleine Schuldkröte, hat sich hier ordentlich entpuppt als dicker Wal und nach oben rausgeschoben. Den dicken Wal müssen wir allerdings ein bisschen in Klammern setzen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, Umsätze und so weiter würden eher relativ dünn sein, das hat er jetzt zu seinem Vorteil ausgespielt. Nach oben hier denke ich mal einiges rasiert, man hat es ja dann doch unter den Leuten gehört, sind viele so auf die Idee gekommen, naja, geringe Volatilität, gehe ich einfach mal short dagegen, shorte ich auch mal in die grünen Kerzen rein und so, habe da lauter tolle Sachen gelesen, die ich nicht gerne lese, aber die Leute, die das schreiben, die wissen das ja auch, wie und was ich davon halte. Deswegen kommentiere ich das hier nicht weiter, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht sollten wir das einfach nochmal ein bisschen versuchen zu erörtern, wo man herkam, wir hatten drüber gesprochen hier mit der potenziellen ABC-Bewegung, haben drüber gesprochen, dass der Markt das relativ häufig so macht, dass er hier einfach so zwei gleich lange Abwärtsbewegungen stellt, wenn man jetzt hier den Pfeil wegnehmen würde, würde man auch direkt das dahinter sehen, die war etwa genauso lang gewesen. Dieses Niveau hat er jetzt zum Montag nochmal früh angelaufen, wir hatten hier gesagt, dass er relativ knackig oben raus drücken müsste, so über 800, wäre das dann schon eher ein Long-Signal, wenn er wieder da hoch geht. Wir hatten gesagt, wenn er hier unter dem Tief runter geht, nochmal so 6,50, gegebenenfalls nochmal kurz zucken und darunter wird es dann wirklich shortisch, dass man da auch mitgehen sollte. Im Premium-Dienst hat man den Vorteil, dass wir dort eben dann heute früh gleich dann schon gesehen hatten, dass das eben kein großartiges Abwärtskip wird, sondern dass er etwa im erwarteten Bereich eröffnet und hatten dann halt gesagt, also so nochmal auf 700 tippen und dann wieder hoch, das wäre bullig, wenn dann da grüne Kerzen kommen, die, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es geschrieben hatte, wo man sehen kann, dass er nach oben will, dann wäre das ein Indiz Richtung 13,77, 13,800 und mehr und 13,860 insbesondere. Und die haben wir dann gelaufen, dann sind wir jeden ganzen Tag an so einer Flacke hochgeklettert und haben zum Abend dann alles short nochmal rausgeschmissen, was da noch drin hinkt. So, damit ist der Montag jetzt erstmal fertig, hat sich natürlich ein ordentliches Stück zurückgewühlt. Das macht es für den Dienstag jetzt richtig geil. Also, ich, wenn ich der Dax wäre, ich würde mich unheimlich auf den Dienstag freuen, weil ich kann eigentlich nur gewinnen, ne, weil der hat die Leute voll an den Eiern. Der könnte sich jetzt den Spaß machen, könnte oben einfach rausrennen. So, Aufwärtsgap und durchrennen. Würden alle sagen, naja, hab jetzt Montag noch nicht long, ich wollte jetzt warten, bis die Amis aus dem Feiertag wiederkommen, die Amis haben da unten Gaps, vielleicht machen sie die noch zu. Das heißt, es werden sich ganz viele nicht reintrauen in den Long oder da nicht direkt auch gleich am Anfang, vor allen Dingen reingehen halt, ne. Die gucken sich das dann 100, 150 Punkte an und springen dann da oben rein, weil sie sagen, na, jetzt ist er aber oben raus, jetzt muss ich long gehen. Naja, und, haha, was würde ich denn dann machen, wenn ich der Dax wäre? Na, es ist mal richtig, dass der mir da 200 Punkte nach unten schickt. Da hätte ich ziemlich Bock drauf, so, wenn ich der Dax wäre. Und, ey, deswegen könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht einen kleinen Dip über die 14.000 sehen, vielleicht so 14.30 wieder. Das gäbe hier oben bewusst zulassen, äh, offen lassen, offen lassen, das ist ja noch offen. Ne, vielleicht hier so an das Band ran und von dort erstmal wieder Vollhütte zurück. Das wäre Klassiker Dax, einmal hier vielleicht so aufs mittlere Band, so um die 8.30 rum, ne, 8.60 rum, da wo die, wo die ganzen Leute hier Short rein sind, da einmal drauf tippen und dann wieder hoch. Und dann wäre das Bravour. Kino in Perfektion. Also, wenn ich der Dax wäre, ich würde es so machen. Ähm, dann hätte ich alle eigentlich, fast alle eigentlich an den Eiern, ne, insbesondere die, die eben hier jetzt zum Montag noch passiv unterwegs waren. Ich könnte die richtig, richtig, richtig auslutschen und, äh, mir dann quasi das Geld oben holen, was die Long reinschießen und dann natürlich unten, wenn sie wieder aus dem Long rausgeworfen werden halt, ne, weil wo packen die den Short hin, suchen sich die Kerze, werfen einen Stopp da knapp drunter und dann habe ich hier so im Bereich um 8.40 bis 8.100 wunderschön viele Stopps, die ich abräumen kann und, ähm, deswegen würde ich das für einen Dax mal so als kleine Empfehlung mitgeben, mal gucken, ob er sich dran hält. So, das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen flachsig dahergeredet, Spaß ist natürlich auch ein bisschen charttechnisches Hintergrundwissen mit dahinter, ne, was ich, ähm, da mit reinpacke, weil das wäre üblich. Das ist jetzt eine, eine fertige ABC, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich die ABC fertig haben, dann kommen, dann sind wir in der ersten Basiswelle, in der Impulswelle. So eine Impulswelle hat immer auch mal Gaps, die, die drücken, ja, die, die Basiswelle sollte sich auf jeden Fall deutlicher von dem Korrekturmuster abschieben, das heißt, das würde nicht reichen. Das ist zu kurz für eine, für eine, für eine, für eine Basisimpulswelle. Ja, das heißt, hier noch einmal drüber, dann eine kleinere Korrektur und von hier dann, plup, Richtung 14.100, ja. Also das, das wäre einfach stimmig, 14.100, nochmal kurz zurück, zack, geht er weiter auf 270. Das wäre dann so der Fahrplan, in dem Moment, wo er das halten kann. Sollte der Kerl, sollte der Kerl aber abkacken, sollte der Kerl vielleicht sogar mit einem Abwärtsgap reinkommen, weil er nämlich zum Montagabend schon alle rausgeschoben gekriegt hat. Und die Amerikaner gehen auf ihren Gap-Klos. Dann kannst du den hier nach unten runterlegen. Und Freunde, glaubt man nicht, wie die Leute reagieren, wenn der jetzt anfängt, nach unten zu fallen. Die sind alle 8.30 schon long drin. Guckt da auch gerne bei uns mit in den Chat. Ich würde, ich würde drauf wetten, wenn ich es jetzt vielleicht nicht explizit so betonen würde, ob man das Punkt 8.30, die ersten dann schon wieder alle long reinballern würde. In die roten Kerzen am besten noch rein. Auch wenn ich immer sage, dass sie das nicht machen sollten, ja. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Dass 8.30 dann die ersten wieder long hängt, das Senti-Oiwax-Sentiment voll durchhängt. Und das wäre einfach typische Anlegerreaktion. So, und was würde dann kommen? Na klar, der drückt sich dann durch und frisst sich durch dieses ganze Geld, was ihm dann hier reingelegt wird und schmeißt hier unten raus. Dann würde hier so 6.50, 6.70 einfach nochmal kurz rein dippen. Und dann von dort auch erst mal wieder Richtung 800 wahrscheinlich zurück. Also würde ich in dem Sinne hier unten das einfach auch nochmal mitgeben. Und ich hätte, also ich würde es am liebsten selber machen. Ich würde am liebsten den Kurs selber schieben. Ich finde, das ist eine unheimlich spannende Ausgangslage, aus der sich hier gewiss das eine oder andere Pünktchen ziehen lässt. Wie würde ich persönlich jetzt rangehen, wenn ich sagen will, okay, ich lasse mich von ihm nicht verarschen. Ich würde vielleicht gucken, früh wie er reinkommt. Vielleicht sogar direkt einen Long probieren. Am Gap-Close abgesichert, weil wenn er das Gap zu macht, dann geht er eh nicht auf die Übertreibungsroute ein. Aber wenn er einen Auffert-Gap bringt, dann lässt es offen stehen, da so ein bisschen den Stop-Loss drunter werfen und erstmal probieren, oben noch ein bisschen was mitzukriegen. Gleich Richtung 6.90 noch, Richtung 14.000 noch was zu kriegen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das klappt. Da kann man sich ja eng absichern, sucht man sich eine schöne, impulsive Kerze, eine grüne. Er nimmt die als Einstieg, den Stop-Loss dahinter. Sowas funktioniert ja ganz gut in Sonnenbewegung. Und dann würde ich hier oben, würde ich mir dann auf den Stundenchart wechseln und dann würde ich rausgehen oder ich würde vielleicht auf jeden Fall auf den Bereich von 14.20 rausgehen. 14.30, da hat er ja oft zu kämpfen gehabt. Also hier, wenn ich da an sowas denke, hier guckt mal, das hier, das ist so eine fette Bastion. Da würde er rumbockern. 14.5 ist das ja schon. 14.5 bis 14.20, das ist so ein bisschen Todeszone von ihm. Der hat auch ganz viele Probleme gehabt die letzte Woche. Ne, die letzte Woche. Und genau. Und an dem Punkt würde ich dann gucken, ob da eine rote Stundenkerze kommt. Und wenn da eine rote Stundenkerze kommt, die wirklich spricht mit mir, die ganz klar zeigt, wie hier unten zum Beispiel, wer die Xetra-Eröffnungskerze 9 Uhr gesehen hat, der kann mir nicht sagen, dass das aussah wie als Wildermarkt runter. Da hat man gesehen, der will hoch. Und das wird man hier oben auch an der Stundenkerze sehen. Und das ist wenn die mit ordentlich Knack anzieht, dann egal, wenn das wirkt, wie als ist man der Letzte, der reingeht. Das soll egal sein. Wenn man auf Stundenchart tradet, dann geht es nicht um die letzte Minute. Ne, dann ist es okay, wenn der danach dann gleich erst mal 20, 30 Punkte ins Minus läuft und dann aber hinten raus anzieht. Ne, nächste Stunde. Und dann würde ich jedenfalls die rote Stundenkerze als Einstieg nehmen, mich über der Stunden, rote Stundekerze absichern mit dem Stop-Loss und dann versuchen, den wieder nach unten zu reiten. Weil ich mir gut vorstellen könnte, dass dann A, dass das Gap zugeht, weil hier oben alle Panik, Panik eben rein springt dann in den Long. Ne, und der dann gutes Stück wieder runterkommt. Sollte der zu hohen Zuwachs bekommen auf Short-Seite, na, das heißt, er steigt und die Leute reagieren gar nicht so, wie ich mir das jetzt vorstelle, sondern die Leute reagieren ganz anders und ballern alle direkt Short rein. Voll in die grünen Kerzen. Was würde DAX machen? Ja, einfach durchziehen. Dann, 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 dann bedankt er sich. Dann bedankt er sich, nimmt kurz den Hut runter und flop, geht er durch. Ja, also, ähm, deswegen hier genau gucken und genau aufpassen. Das wird so für mich so eine kleine Knackpunktstelle hier, ich sag mal, 14,5 bis im weitesten vielleicht 14,30. Und guckt da auch vielleicht aufs Sentiment, guckt ein bisschen in Foren, in den Chats, wie die Leute so unterwegs sind, wenn die da alle nur rumshorten. Ist es denkbar, dass der Kerl direkt durchzieht. Wenn ihr aber merkt, dass die Leute ein bisschen Schiss kriegen, ein bisschen Panik, weil sie glauben, der rennt jetzt hier bis 14,5, 15.000 durch und die haben unten Einstieg verpennt. Also, sowas, es geht direkt nach unten. Also, das ist eine schöne Situation. Also, ich würde es am liebsten selber machen, wirklich. Hätte ich richtig Lust, einmal DAX zu spielen am Dienstag. Das ist eine geile Vorlage. Das ist wirklich eine richtig geile Vorlage, um mit den Emotionen der Leute zu spielen. Und, ähm, die hat er am Feiertag einfach überrascht viele. Auch wenn wir das gesagt haben, ne, dass man da aufpassen soll, dass viele, die standen da und waren hier völlig verwundert, wo die Stärke jetzt auf einmal herkommt. Ne, trotz, dass wir darüber gesprochen haben mit ABC, ähm, dass wir gesprochen haben, wenn er hier auch über 57 hochdrückt, wenn er dann die 8 Runde dran geht, dass das alles bullische Zeichen wären, ähm, hat er doch sehr, 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 sehr viel überrascht. Also, von daher, so aus Überraschungsmomentum heraus startet DAX gerne mal interessante Bewegung. Ne, von daher, das sind so für mich die wichtigen Punkte. Ähm, wie gesagt, unterschätzt ihn nicht, wenn er nach unten anzerrt. Also, gerade so was unter 8,50, unter 8,30 passiert. Also, muss man ein langer bisschen aufpassen halt, ne. Das wäre nicht, wie soll ich sagen, es wäre typisch, sagt man es so rum, wenn er sich bis unten nochmal durchfrisst, damit die Amis dort ihre Gaps zu machen können zum Freitagsschluss. Sollte man dann vielleicht auch mal gucken. Dow Jones, S&P, Nasdaq. Wenn denn die Märkte wirklich nach unten sacken, ne, sollte man da vielleicht drüben ein bisschen gucken. Wann sind die Gaps dazu? Ziehen die vom Gap direkt wieder hoch? Machen die neue Tiefs? Machen die neue Tiefs unter der Woche von gestern? Äh, von, von letzter Woche? Ähm, sollte das nämlich zum Beispiel kommen, könnte er auch davon ausgehen, dass selbst wenn der DAX bis dahin stabil gestanden hat, dass der dann plötzlich so ein bisschen, weiß nicht, wie das Pferd vorm Spiegel steht. Weiß nicht, das Sprichwort gibt's nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will, ne. Also, der würde dann auch hinterher eilen, weil er merkt, der hat irgendwie was verpennt. Oder falsch in der interpretiert. Da ist nicht viel Umsatz gewesen zum, zum, zum Montag. Aber trotzdem, wir müssen's werten. Also, das, der steht ja jetzt an einem höheren Niveau. Das ist so. Das ist Fakt. Umsatz hin oder her. Er steht dort. Das muss man verarbeiten. Das muss man für uns werten. Und diese Situation bringt eben bestimmte Käufer und Verkäufergruppen jetzt in Handlungsbedarf und unter Druck insbesondere auch. Und das ist das, was wichtig wird. Der Umsatz ist egal. Ist egal, wie, wie viel da rein oder raus ist. Wichtig ist, was passiert jetzt an den anderen Stellen halt. Das, da drauf kommt's jetzt an. Ja. Haben nichts gekonnt, wenn wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, der Tag komplett weg. War Feiertag, wenig Umsatz, alles neu bewerten. Ne, 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 ne. So einfach, also so, so einfach brauchen wir's nicht machen. So einfach, ne, bringt uns auch keinen Vorteil. Weil wenn der hier oben drüber geht, dann ist scheißegal, wie viel Umsatz hier gemacht ist. Dann haben hier Leute Stress, weil sie nicht long gegangen sind. Und vielleicht long wollten hier unten. Keine Position drin haben. Und dann denken, wie komme ich jetzt in den Tags bis 14.72? Und in dem Moment, wo der nach oben loszieht, vielleicht 9 Uhr auch schöne, lange, grünen Kerzen stellt, kriegen die Stress. So, und dann lasst den vielleicht noch bis 10.30, 11 Uhr hochklickern und dann klappt die ganze Kiste. Okay? Gut. Dann, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Im Tagesschau können wir vielleicht noch kurz reingucken. Da hat man gesagt, wenn jetzt eine lange, grüne Kerze über das mittlere Bollinger Band kommt, wäre das eine Art Kaufsignal zu verstehen mit Stop Loss drunter. Kann man so probieren. Ja, ist so, boah, ist ja sogar ein bulliger Engelfin geworden. Das habe ich gar nicht gesehen. Vom mittleren Bollinger Band. Also, ja, Tagesschart gibt Freifahrtsschein auf 14.100. Muss man so sagen. Dann könnte man sogar jetzt noch long gehen. 14, 13, 8, 94, Stop Loss drunter und eine Tageskerze. Aus Tagessicht? Aus Tagessicht ist okay. Also, und nicht nur Ziel 14.100. 14.100 wäre ein Teilverkauf und 14.400 wäre jetzt hier. Channel-Kante hier. Ja? Also nicht Channel-Kante, die Kalkante. 14.400 wäre jetzt hier. Wäre denkbar. Kann man, kann man, kann man auch probieren. Also, boah, das ist ein geiler Tag. Also, das wird schön. Das wird, das wird mental herausfordernd, glaube ich. Das wird ein mental anstrengender Tag. Da muss man wirklich aufpassen, dass man schön brav auf den Fingern sitzen bleibt und den kommen lasst. Ihr müsst den kommen lassen. Lasst den kommen. Setzt euch Szenarien, setzt euch Sachen, die ihr sehen wollt und lasst den kommen. Lasst euch nicht schubsen. Das ist der perfekte Tag, um ins Minus geschubst zu werden, wenn ihr euch schubsen lasst. Gut. Ich mache hier zu. Hab nicht mehr mitzuteilen. Wünsche euch maximal Erfolge, gutes Gelingen. Viel Spaß am Dienstag. Hoffe, bewegt sich wenigstens schön. Das ist eine geile Ausgangssage. Es wäre schade, wenn er da so einen 50 Punkte Tag zur Seite macht. Oh Gott, nein, das wird nicht kommen. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist zu verlockend, um Geld zu machen. Und um nichts anderes geht's an der Börse. Um nichts anderes. Da kann man Manipulationen hinrufen, wie man will. Das ist das Kernziel des Ganzen. Manipulationen, um Profite zu maximieren halt. Na. Gut. Jetzt aber. Ich wünsche euch was. Viel Spaß morgen. Und wir hören uns. Tschö.